Oh mein Gott, Leute, ähm, ich bin so ein Vollhorn-Idiot, keine Ahnung, ähm, alter, ich war hier, hab mich gefragt, oh, wie komm ich hier weiter, ich hab mir das nochmal hier angeguckt, da ist nur ein so ein Ding, ich wette, da kann ich drüber springen, naja, war zu erwarten, ich hab da für mich, ich hab da so lange für gebraucht, ich hab glaub ich ganz im Bad da drin gehockt und hab keine Ahnung was gemacht, Schnee, Snowy Plane, äh, die Musik kenne ich grad mal überhaupt nicht, Boah, hä, die Musik ist so, boah, die Musik ist cool, aber eigentlich ist die laut, wartet mal kurz, okay, Musik ist doch nicht so laut, ich dachte, weil, ja, mein Headset ist ein bisschen laut eingestellt, aber, pff, ich mach's jetzt mal ein bisschen neiser, So, habt ihr jetzt nichts mehr von mitbekommen, aber, naja, ähm, er kam so ein bisschen laut, und ein Haus, äh, Wer eben selber ist denn die Musik? Shop! Bumm, naja, ist jetzt nicht sowas Besonderes oder so, ähm, sieben Bomben, Ein Rubin für zwei steht da, doch, wie find ich denn nur eins? Mir egal, so, ja, dann, nee, dann find ich wahrscheinlich nur eins. Pfeile, ja, komm, vier für zehn, Muss reichen, brauche ich nicht, ähm, Jo, passt. Und direkt ne Bombe, Päm! Pff, 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 ahm, Und ne Bombe bekommen und Geld, hat sich doch gelohnt! Da, 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 da. Nein, ich kenne Musik überhaupt nicht. Wenn irgendeiner von euch diese Musik kennt, dann sagst du mir bitte. Das ist eine völlig schöne Musik, finde ich. Aber ich weiß überhaupt nicht von welchem Zelda und... Ach klar, was ich auch noch ansprechen wollte, es kam jetzt... Ich höre einen Wolf. Aber... Ah, geh weg. Es kam jetzt ein... Ja gut, zwei Wochen keine Videos, ja, kann man sagen, zwei Wochen. Weil ich hatte eine ganze Woche kein Internet. Aua. Alter. Weil das war einfach weg. Ich weiß selber nicht genau, wieso war weg. Und dann nach einer Woche kam da jemand, der das noch verabredet hat. Ach, mein, was Bersky gibt, ja auch noch. Ja, toll. Egal, äh, der Stein ist schön. An der Konstruktion, okay, da geht's auch irgendwann weiter. Ähm, ich denke mir mal, dass diese Version von dem Spiel... ...bald enden wird. Naja. Ja, eigentlich schade. Alter. Ich mag euch nicht. Und ja, ich hatte kein Internet und was dann wieder da war. Ich hatte in der Zeit, wo ich keins hatte, jetzt auch nichts aufgenommen. Großartig fand ich halt, ich dachte, wie... ...ja, er wollte mal so ein bisschen chillen und... ...na, deswegen kam jetzt... ...ja, fast zwei Wochen, keine Videos. Ich hoffe, er verzeiht mir das, aber jetzt geht er weiter mit, äh, Adventure-Craft oder... ...mein... ...und sei der Adventure, wie ich es nenne. ...ja, das ruckelt teilweise ein bisschen, finde ich. Ich hoffe, das fällt in der Aufnahme, wenn ich ganz so stark auf... ...ja, es ruckelt echt teilweise. Voll komisch. Naja, ähm... ...geht aber noch, finde ich. Ähm... ...ja, rechts muss ich mir nicht so sagen, ne. Schon wieder, wieso? Ah, ne Mücke, ne Mücke, ne Mücke. Alter, in die mich sticht. Ja, ich hab schon genug Stiche im Moment. Hab ich n... ...nö. Sieht nach... ...nach anschauen sieht das nicht mehr aus. Einfach nach Weiterbild. Yeah, ich bin falsch gegangen. Wait, wait, wait. Hm, 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 hm. Du-di-du-di-du. Ähm, wollte ich noch irgendwas sagen? Musik fängt mal an. Ähm, ja, halt. Sorry, dass es so lange keine Videos gab, aber... ...ja, jetzt mache ich wieder Video... ...äh, Videos und... ...ähm, er ist elektisch stark, aber... ...okay, das kenne ich ja, das ist ein äfterer Tostling. Und, wow, Ratten. Ich glaub's kaum immer, jetzt kommen wir Wölf und jetzt kommen die ganze Ratten sogar. Die mehr aushalten. Älteste... Hä? Wieso... ...ruckelt das denn so? Und wieso... ...wollen die nicht sterben? Nee, du, dich hab ich aber öfters nicht schon angegriffen. Wie... Wie viel... ...das ist halt doch doof. Sind wir so unverwundbar, oder wie? Ich kann vielleicht nicht eine Bombe in die Fresse, ey. Ich ignorier's mal. Ist das mein neues Haus? Ist das das Ende vom Spiel? Ähm, ja. Und tötbare Ratten... Und tötbare Ratten... Ach, das ist ne... ...wildheit... ...wildheit... ...wenn ich jetzt wegen euch kleinen Viechern verrecken, ne? ...wildheit... 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 ...was ist bei Ihnen hier raus, ey. Der war gar nicht. Wollast, glaube ich... Ja, doch, das muss man mit dem Ding hier irgendwie gehen. Irgendwas schwereres? Vielleicht hier mit. Bitte. Oh, toll. Okay. Mit den Ratten geht es aber. Ähm... Ich könnte das jetzt auch wegkarten, aber... ...das wollte, glaube ich, nicht. Nein! Wie, die springt. Es ruckelt mir zu viel. Ja! Ha! Alter, Mann, die kacke! Na gut, wo sind wir eigentlich? Schnee. Ähm... Na, Eisentür? Oh, das liegt schon wieder. Sind da Stühle? Wie cool ist das denn? Sind Stühle, Mann! ... ...kontur zumachen... ...zu, zu, zu, zu... ...du, du, 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 du... ...schalter... ...pfff! ...hahaha, das ist für ihn? ...hahaha... ... şey... ...hah... ...heh, hiy hiy... ...heh... ...Oh, fuck. mich an ach ich bin ja direkt sind wir eigentlich voll gut das bin ich doch voll ha die weg im welt da will ich nicht reinfallen nächstes stockwerk echt cool so alter so nix aber hier geht es weiter oder hat drei türen total ich glaube ich bin so richtig gegangen auch wenn ich das glaube ich nicht fuck fuck ich bin hier drin sterb doch sterb doch nein richtig ja ich denke mal man hat das maus geklickt aber kann ich leider auch nichts daran ändern macht er gut irgendwie sind genau auf den los es ist ja auch abgelenkt ist nur noch der eine ist uns egal soll es müssen chillen nachhelfen geht natürlich auch wenn der spaß dran haben wir sollen sich sterben